kommt schon noch eins wo man dunkeln machen kann dunkeln ist gut munkeln gewonnen zählen verloren 37 statistik 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 hier stellt wird der auto drum ich wusste es leg dich wieder da hinten ist eine stimmung da geh ich lieber nie hin schreib lieber johannes hübsch das ist das problem das mädel das hat mir immer achte es auf der anderen seite ich muss jetzt noch die waffe wechseln ich hab dich kommen sehen kevin hat sie ich habe gar nichts was du meinst reise tasche herr hier da schießt ja einer mit hofer munition wo er fängt an zu brennen ich habe da gesehen wurde hergekommen ich dachte mir baby schießt raketen schießt die weg und dann kommt markus und die weiß man ja nie ich kann ja niemandem trauen das liegt aber an deiner ort aus was wird weg holen das blande darf stoppen ich merke schon ich stehe blande ich werde mich sorgen aber kann sein dass alle gegen sven sind hier seid zwei es ist fehlende aneinander mich überfährt der zug alter das war der beste kill glaube ich bisher dieses scheiß dick wie kannst du dir Glück haben wie kannst du dir Glück haben ich habe sie gerade zweimal erledigt ich habe es schon bei uns ein paar nicht richtig die lebt ja immer noch das ist ja das mache ich nur neben den neben den aufnahmen dinge so richtig das macht er aufs team macht das ist richtig fertig ich habe dich auch genau geteilt aber von bestimmung hier fliegt wieder alles um die uhr ich gehe weg von mir bleib mal hier nein darf mir haben müssen ist klar schießt du wieder auf mich oder was aus der deckung diesmal ach so nirg bist du gleich wird der zack drauf gehen ja weißt du zu zweiter fein das ist so unfair erzähl du mir nicht voll unfair doch zurecht das ist wieder eine Bombenstimmung hier schießt da irgendwann mit Kranaten wo ich begegnen wenn du was explodiert fragt mal wenn du was explodiert das ist eigentlich ich war großmeister ich hab's erwischt ich hab's erwischt das war mein kill geholt der explodiert wieder alles ich hab's gedacht dass die frau das mal wieder ist ich hab dann ich habe gerade gesehen da verstirbst du ich werde sagen kann es sein dass ihr ungerecht ab das sind seit neuesten nein nur seit neuesten das ist nichts neues da war er wieder mit dem auto durch die Gegend ich sehe das doch schon wieder das ist immer nur einer oder naja klar Aua das kann nur einer sein wenn irgendwas mit einem und da war aber auch schönes Auto geklatscht da ist das ich hab mich schon irgendwie vermisst ne ich komme nur unerwartet doch der zweite daneben war nicht mal das was da oben da schießt das wieder immer auf mich ich habe es gesagt was hast du gegen mich nicht zu verschieben ist nichts damerhaftes ist aber auch dass du lebst doch ja auch mal diese scheiß bücher ja die retten gerade bei den arsch mit granaten aber ich muss alles sagen ich bin die gebiete gesehen habe ich gesehen ich renne freiwillig in den zug hier hast du das leben satt ja da kommt doch ein schweißer peter sehr permanent weil du durch die gegend fliehen nur fliegen ist schöner da hier ist die tasche gut danke liegt hier so einsam und allein rum dann kann man mit den gebieten durch die gegend gehen man kann auch objekte nehmen autos oder taschen oder gibt es auch im level wo autos die objekte sind zu da ist es doch das ist nicht wahr also sie steht zwei meter neben dem raketen explizien es passiert einfach mal nichts da kommt was mensch alter jetzt schlage ich ja seit ich habe das auto hoch das das ist ja 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 schade ich habe überlebt ich dachte keine merken ab und bis jetzt nehme ich hier mal ein baby ist der punkt eigentlich der man nie bemerkt dass er nicht der g-punkt hat habe ich gedacht kommt auch nicht zu ja das war eine reisentrasche die kann man aufnehmen ja das klappt warum hier baby die ganze zeit hier punkte ich habe den auf diesen oben diesen protest da oben wir sind so vertankte eingenommen den habt ihr erst später bemerkt den hatte ich die ganze von anrufen an dass irgendjemand mit den geklaut hat ich dachte so was ist denn hier los aber keiner kommt die idee auf die andere seite zu gehen